... sich Steuern erstatten lassen, die man aber nie gezahlt hat. So hatten Banken, Investoren und Aktienhändler jahrelang den Staat um Milliarden Euro Steuer... ... die Reaktion mit Cash Truck. ... und dann geht es dann offenbar um einen Geld Transporter, anhand? Ja, einmal um den Transporter, aber auch um einen der Bewacher, gespielt von Jason Statham. Na, Mann! Das ist ein Mensch. Peace. 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 Peace.